Ho 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 ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Adventskalender Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Me Lovely Adventskalender und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Den habe ich letztes Jahr schon ausgepackt und das ein oder andere daran auszusetzen gehabt. Daraufhin hat mich das Team von Me Lovely kontaktiert und wir haben ein bisschen geschrieben und die haben mir gesagt, dass sie dieses Jahr den Adventskalender ein kleines bisschen optimiert haben. Und ja, weil wir uns so schön unterhalten haben, haben die mich gefragt, ob die mir einen zuschicken dürfen und da habe ich natürlich ja gesagt. Vielen, vielen Dank an das liebe Me Lovely Team und ja, das impliziert natürlich außerdem, dass ich einen Gutscheincode habe und zwar Santa Claudi 21. Damit kannst du ab jetzt bis zum 24.12. 10% auf das ganze Sortiment sparen. Ich habe es eben nochmal ausprobiert, total klasse, das heißt, ob du dir den Adventskalender holst oder ob du vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk dort bestellst. 10% hast du auf jeden Fall safe. Und die haben mir noch etwas mitgeschickt, was ich an euch verlosen darf. Ich habe es jetzt hier nochmal eingepackt gelassen. Es ist eine zarte Kette hier drin mit so Dreiecken und die ist halt aus vergoldetem Edelstahl. Und ja, das hier gibt es dann in diesem Video zu gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. 89,50 kostet er dieses Jahr und ich habe mir die offenbar goldene Variante ausgewählt. Es gibt auch noch die Varianten in Silber und in Roségold. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit zu sagen, komm, wir machen die Deluxe-Variante und haben nicht Edelstahl, was dann quasi versilbert, vergoldet oder verroségoldet ist, sondern wir nehmen 925er Sterling-Silber, was dann quasi nochmal beschichtet ist. Dann kostet das Ganze aber nochmal ein bisschen mehr. Ich glaube ja, 179,50 Euro habe ich mir aufgeschrieben. Das ist nicht von schlechten Eltern, würde ich mal so sagen. Ich habe aber die klassische Variante hier. Und da das Intro schon viel zu lang ist, würde ich sagen, wir starten. Hier habe ich die Nummer 1 und man hat hier auch noch die Möglichkeit, einen QR-Code zu scannen. Da bin ich mal gespannt, was wir dahinter versteckt finden. Ach so, man kann dann in der Weihnachtszeit den QR-Code scannen. Und hier steht nämlich, na, neugierig, aber es ist doch noch nicht der 1. Dezember. Ja, stimmt. Bis der Milavi-Schmuck-Adventskalender anfängt, musst du dich leider noch ein bisschen gedulden. Ja, das ist viel verlangt, aber du schaffst das. Naja, wir gucken jetzt erstmal gemeinsam rein. Ich kann mir gut vorstellen, dass man dann direkt zu den Produkten auf der Homepage verlinkt wird, um sich die dann, wenn man möchte, nachkaufen zu können. So werde ich mühselig die Preise raussuchen. Nee, ich habe es tatsächlich schon per E-Mail bekommen. Ich muss ja ehrlich sein, ne? Gut, wir fangen mit dem ersten Stück an. Und das scheint eine Kette zu sein. Hochwertiger Edelstahl für langes Tragevergnügen. Und hier steht auch genau hinten drauf, wie man das pflegen muss. Und wir haben hier auch eine schöne Plättchenkette, die so einen Nordstern oder sowas mit drin hat. Sowas, damit haben sie mich ja direkt, ne? Mag ich total gerne. Und wir haben auch so eine Art Unendlichkeitszeichen in den einzelnen Gliedern der Kette, was ich total super finde. Also eine schöne Kette. Die gucke ich mir mal von nahem an. Dann schreibt sie auch, was sie mag und was sie nicht mag. Also die Kette. Also wie man sie halt pflegen muss. Und das finde ich schön gemacht. Auf jeden Fall. Ich habe mir letztens bei Rossmann so ein Ding gekauft, wo man die einzelnen Schmuckstücke tatsächlich drin sauber machen kann. Was ich sehr, sehr wichtig finde. Okay, da kannst du am Ende natürlich die Kette auch noch in ihrer Länge selber verstellen. Und die fühlt sich gut an. Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Und das wäre dann eine etwas normal lange oder kürzere Kette. Ich finde die hübsch. Die mag ich gerne leiden. Weiter geht es mit der Nummer zwei. Hier haben wir, ich glaube, ein ganz filigranes Armband. Schaut so aus. Hier ist jetzt nicht irgendwie ein extra Anhänger oder sowas dran. Und kann man auf jeden Fall, wenn man dieses Layering macht, auch als Armband ganz gut verwenden. Ich bin aber ehrlich, Armbänder verwende ich ja nicht wirklich. Das heißt, die meisten Armbänder werden bei mir eh immer weiter wandern. Da freuen sich halt immer meine Freunde, meine Familie drüber, wenn das bei denen im Adventskalender zum Beispiel drin ist. Aber ja, es war auf der Homepage auch aufgeführt, wie viele Ketten, Armbände, Ohrringe, Accessoires und so weiter da drin enthalten sind. Hier oben haben wir die Nummer drei. Und ich bin sehr froh, dass wir bislang keine Merci Petits hier drin hatten. Ich glaube, das war letztes Jahr das kleine Problemchen bei der ganzen Geschichte. Oh, hier haben wir spektakuläre Ohrringe drin, die super geil zu der Kette passen, die wir hier drin hatten. Die hole ich mal eben raus. Das sind richtig große, schöne Kreolen. Oh mein Gott, sind die hübsch. Und sehr federleicht, wirklich, also ich nehme nur einen, ne? Also es sind zwei Ohrringe, aber ihr wisst Bescheid, ne? Und so schaut das dann aus. Das mag ich gerne, gerne leiden. Und mir gefällt auch die Länge daran sehr gut. Hier haben wir die Nummer vier. Auch hier haben wir wieder eine schlichte Kette mit da drin, die man dann auch super zum Layering verwenden könnte. Ach, auch hier haben wir wieder eine schlichte Kette drin, die man zum Layering auch super verwenden kann. Ja, die ist auch so lang wie die, ungefähr so lang wie die erste Kette, würde ich jetzt mal so sagen. Und da ist jetzt kein Anhänger oder sowas mit bei. Aber wenn man dieses Layering macht, kommt das ganz gut. Die Nummer fünf ist in einem wunderschönen Goldton. Ach, guck mal, und hier haben wir auch so einen Anhänger drin. Dann kann man entweder die Kette und das Armband, was ich euch gezeigt habe, so zum Layering verwenden oder man macht sich den Anhänger da dran. Und das ist ein schöner Anhänger. Also auch sehr filigran. Und das ist so ein grauer Stein dabei. Ja, die Kamera möchte gerade das Ganze nicht so wirklich in hell machen. Läuft. Ja, aber finde ich hübsch. Das mag ich gerne. Hat was Mystisches, ne? Und unten drunter sind so drei Punkte, so drei Bommels. Das ist hübsch. Nikolaus, die Nummer sechs ist echt schwer. Da bin ich gespannt, was wir hier drin haben. Vielleicht so ein Schmuckkästchen oder sowas. Oh, guck mal. Hier haben wir so ein Täschchen drin. Da kann man seinen Schmuck drin transportieren. Oh, ist das hübsch. Also kitschig von dem Silber her. Definitiv, keine Frage. Aber das ist so geil. Also wenn man so verreist, ne? Dann kann man da seinen Schmuck drin aufbewahren. Der fliegt nicht so in der Gegend rum. Das heißt, da hast du für alles, was man quasi hier so reinhängen kann, für Ketten und für Armbänder, das kannst du hier reinmachen. Dann hast du so zwei Täschchen hier mit dabei. Sehr, sehr praktisch fürs Reisen. Hier kann man auch so wahrscheinlich Ringe drum zu machen. Ja, genau. Boah, ist das praktisch. Das ist eine ganz tolle Nummer sechs, Leute. Liebes Milavli-Team, das habt ihr geil gemacht. Und dann noch hier so ein kleines Beutelchen, wo man dann auch nochmal so Ohrstecker oder sowas reinmachen könnte. Und hier kann man sicherlich auch noch irgendwas drum machen. Ey, das ist cool. Und dann hast du das hier so... Also das ist mal eine richtig... Also, habe ich noch nie gesehen, so was, ne? So eine schöne Nummer sechs. Jetzt bin ich gespannt, was in der 24 drin ist, wenn wir in der 6 sowas drin haben. Das finde ich cool. Die Nummer sieben. Hier haben wir einen Ring drin. Und ich finde es so geil, dass es ein Ring ist, der größenverstellbar ist. Weil Ringe sind immer sehr schwer in Adventskalendern. Aber das ist ein cooler Ring. Den mag ich gerne leiden. Denn das ist so ein doppellagiger Ring. Und je nachdem, über welchen Finger man den geben möchte oder welche Finger dicke man hat... Oh mein Gott, der passt sogar auf meinen Ringfinger. Ich raste aus. Ich habe keine kleinen Hände. Das muss ich dazu sagen. Das heißt, für andere ist das wahrscheinlich eher einer... Also der einzige goldene, den ich jetzt quasi gerade trage, ne? Für andere ist das wahrscheinlich eher einer, den man so dann auf dem Mittelfinger oder auf dem Zeigefinger trägt. Ich finde den gerade richtig schön und sehr angenehm zu tragen. Also man spürt ihn kaum. Also ich mag ja auch... Oder ich habe ja auch immer mal gesagt, ich hätte gerne, dass ich nicht nur silberne Ringe habe, sondern auch so ein bisschen Abwechslung drin habe. Aber witzigerweise hatte ich immer dann auch in den jeweiligen Boxen silberne Ringe drin. Da muss ich mir jetzt noch ein anderes Konzept für meine Ringgestaltung auf meinen Fingern überlegen. Aber den finde ich schön. Den mag ich gerne, gerne leiden. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Ohrringe, Stecker. Sehr filigran, sehr hübsch. Sehr schlicht auch, ne? Das sind einfach so Stäbe. Die kann man auch gut, wenn man so hier oben noch weitere Ohrlöcher hat, ne? Dass man das so am Ohr entlang legt. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist schön. Die Nummer 9. Hier haben wir das passende Armkettchen zu der Kette, die ich in der 1 drin hatte, mit dabei. Ja, genau. Auch wieder hier mit diesem Plättchen und dem Nordstern oder Polarstern oder Sternstern, was halt auch zu Weihnachtsgeschichte und so weiter passt, ne? Das finde ich toll. Hochwertiger Edelstahl für langes Tragevergnügen. Ja, mag ich. Die Nummer 10. Hier haben wir auch wieder einen Anhänger drin, falls man mal so ein bisschen variieren möchte. Das finde ich auch schön. Den mag ich sogar noch lieber leiden, als den, den wir vorher hatten. Das ist so eine Art Mandala. Der sieht auch ganz hübsch aus, ne? Das ist ein bisschen gröber, aber halt auch so ein bisschen mystischer. Das ist auch hübsch. Da ist auch ein Stern in der Mitte. Und dann diese Königsrosetten oder wie auch immer die heißen, die man halt auch wirklich in Schlössern und so weiter immer findet, so außen drum zu. Sehr, sehr schön. Die Nummer 11. Oh, hier haben wir etwas sofort eingepacktes. Da steht mir Lovely Jewelry and Accessoires drauf. Oh, oh, oh. Das ist auch sehr praktisch, denn wir haben hier ein Pflegetuch für den Schmuck mit dabei. Ist nicht wie ein, also es ist optisch wie ein Brillenputztuch, aber es ist rauer von der Oberfläche her. Und damit kann man seinen Schmuck reinigen. Das finde ich auch schön. Wie gesagt, ich habe so ein komplettes Schmuckreinigungsvieh, was ich sehr gerne dann auch für meinen Schmuck anwende. Aber um seinen Schmuck dann mal so auch zwischendurch zu pflegen, kann man auf jeden Fall auf solche Tücher gut zurückgreifen. Die Nummer 12. Halbzeit. Juhu. Hier haben wir auch wieder eine Kette drin. Die hole ich jetzt auch mal eben raus. Boah. Wir waren ja eben schon bei diesem Layering-Look und das ist eine Kette, die schon dieses Layering an sich hat, weil das so eine doppellagige Kette ist. Und die ist hübsch. Die hat so einen Kreis halt unten dran und ist dann an einer Kette, die schlicht ist. Und die zweite Kette, die mit dabei ist, die hat so Bommeldinger dran. Und ist noch ein bisschen filigraner. Die finde ich hübsch. Die kann ich mir auch sehr gut an mir vorstellen. Das wird dann auch wieder eine etwas kürzere Kette sein. Die Nummer 13. Oh, guck mal. Hier haben wir direkt hierzu passend entweder ein Fußkettchen oder ein Armkettchen, weil wir haben auch, glaube ich, ein Fußkettchen hier drin. Da muss man nochmal genau herausfinden, was jetzt was ist. Das ist jetzt auch mit diesen Bommelfiechern mit dabei. Das finde ich ganz hübsch. Und ja, würde ich Armkettchen tragen, würde ich das verwenden, aber leider, leider nicht. Aber man weiß ja, was einen erwartet, wenn man den Adventskalender bestellt. Die Nummer 14. Oh, hier haben wir richtig schöne Ohrunge drin. Und zwar sind das so Sterne. Also immer so drei Sterne zusammen. So eine Art, ja jetzt nicht Sternenschnuppe, dann hätten die ja einen Schweif mit dabei. Aber das sind halt Ohrstecker, die so in Sternschnuppen-Form sind irgendwie. Und dann kann man die sich halt auch so wirklich am Ohr so hochlegen. Kann natürlich auch machen, dass sie so runterhängen. Aber ich persönlich würde mir die dann quasi so reinstecken, dass sie dann hier so hochgehen. Und das finde ich ganz hübsch. Die Nummer 15 ist ziemlich schwer. Da bin ich mal gespannt, was wir hier drin haben. Ein Stein. Nee, lovely, that's me. Das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Ein Spiegel. Der fühlt sich richtig geil an. Also, ja, von der Oberfläche, der ist jetzt nicht irgendwie glatt oder so. Das fühlt sich so ein bisschen an, als wäre der so mit Stoff bezogen. Ganz, ganz interessante Haptik. Und schön, dieses marmorierte und halt ein Taschenspiegel. Wir haben das öfters in Adventskalendern, dass dann als Füllprodukt auch mal ein Taschenspiegel drin ist. Aber ich muss wirklich sagen, der ist schwer. Der ist super klar. Der gefällt mir enorm gut. Den mag ich richtig gerne. Den werde ich auch wahrscheinlich sogar behalten und gegen, ja, gegen den, den ich schon besitze, austauschen. Denn ich habe noch den hier von Crash Cosmetics. Aber den hier finde ich irgendwie ein bisschen hübscher. Und die Nummer 16. Hier haben wir auch wieder eine Kette drin, wo wir dann ja auch variabel unseren Anhänger dran machen können. Oh, die ist aber schön lang. Oh, wow. Schön. Die ist richtig, richtig lang. Mag ich gerne leiden. Ich weiß nicht, wie ich das am besten zeigen kann. Das ist eine schöne Kette. Die finde ich echt, also mag ich gerne, ne? Sehr simpel. Aber eben durch die Anhänger kann man die dann aufpeppen. Und da würde ich tatsächlich dann auch diesen Mandala-Anhänger dran machen. Ich glaube, das sieht richtig schön aus. Cool. Die Nummer 17. Hier haben wir auch wieder Ohrstecker drin. Das sind coole Ohrstecker. Die kann man sicherlich mit denen kombinieren, wenn man mehrere Ohrlöcher hat, die ich euch eben schon gezeigt habe. Weil dann kann man sich theoretisch die in das erste Loch unten, sage ich mal, so reinmachen. Und dann hängen die so runter und haben hier ihre Stäbe. Und dann macht man sich in das daneben liegende Ohrloch zum Beispiel den, den man so hochlegen kann. Finde ich total cool. Und ist auch sehr, sehr edel, ne? Wenn man so eine Hochsteckfrisur oder so einen Zopf oder so trägt, dann kommt das ganz gut mit so lang hängenden Ohrringen, die aber sehr filigran sind. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Die Nummer 18. Hier haben wir auch wieder, oh, das ist auch hübsch, einen Anhänger drin, den man ja individuell dran machen kann. Und zwar haben wir hier einen Mond. So eine schöne Mondsichel. Ist auch wirklich, ne? Passt dann auch, wenn man dieses Stern-Design verwendet und so, dann kann man das auch schön an der Kette dran machen. Mag ich. Die Nummer 19 ist wieder so schön groß. Da bin ich ja gespannt, welches Accessoire sich hier drin verbirgt. Hier haben wir auch wieder so ein Täschchen. Das ist, glaube ich, so eine kleine Geldbörse, oder? Kann das wohl sein? Ich würde es jetzt als Geldbörse verwenden. Ich wüsste nicht, was ich da sonst reinmachen würde. Oder halt Kreditkarten oder so. Dann haben wir hier noch einen Anhänger, da kann man was dranhängen. Ne? Oder man kann das Ding irgendwo dranhängen, ist klar. Und ja, ein schönes, kleines Party-Portemonnaie tatsächlich. Die Nummer 20. Hier haben wir auch wieder ein Armband drin. Dieses Mal ist das aber irgendwie auch mit geflochtenem Stoff. Und in der Mitte haben wir dann so Goldperlen. Ja, die dann ja quasi vergoldeter Edelstahl sein werden. Und hier hinten sehen wir dann den verstellbaren Verschluss, was ich auch ganz schön finde. Dieses Armband ist für mich eher so ein filigranes, etwas mädchenhaftes Armband. Die 21. Hier haben wir auch so ein süßes Armbandchen drin. Was auch ganz interessante Glieder hat. Also das ist sehr speziell, aber auch sehr hübsch. Das sind so Plättchen, die so Löcher drin haben. Und durch diese Löcher ist es verbunden. Ganz interessant. Und das sieht auch so ein bisschen orientalisch aus, finde ich. Doch, ist ganz hübsch. Die Nummer 22. Hier haben wir kein Scrunchy drin, sondern ein Haarband. Und das finde ich schon wieder cool. Das ist nämlich so in einem Dunkelblau. Ja, mir wurde tatsächlich extra auch geschrieben, dass kein Scrunchy enthalten ist. So ein kleiner Running Gag. Ich mag dieses Haarband tatsächlich sehr, sehr gerne. Ja, hinten hat es halt so einen Gummizug. Und das kann ich mir persönlich sehr gut vorstellen für den Sommer, wenn ich im Garten bin oder so. Und ich nicht möchte, dass meine Haare mir im Gesicht rumhängen. Und ich habe ja auch häufig so einen Bommel. Und da mag ich ganz gerne solche Haarbänder einfach. Und das ist hier vorne so mit so einem geflochtenen Gedönsen. Und ich mag das von der Optik. Da kann man auch schöne Frisuren mitmachen. Das ist eine gute Alternative zum Scrunchy. Was meint ihr? Der Tag vor Heiligabend, die Nummer 23. Oh, hier haben wir wieder Ohrringe drin. Oh, schöne Ohrringe. Auch das sind Hänge-Ohrringe. Und die haben so kleine Perlen unten dran. Das ist so unten drei Stück dann drin. Und das passt auf jeden Fall zum Tag vor Heiligabend. Weil alles wird festlicher und so. Und ich trage auch sehr, sehr gerne so Schmuck, wo Perlen-Applikationen mit bei sind. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir in der 24 vielleicht auch eine Kette mit Perlen drin haben. Passend zu den Ohrringen. Dann schauen wir mal rein, was in der 24 drin ist. Heiligabend. Das ist ja quasi unser kleines Weihnachtsgeschenk von dem Miloblee-Team. Und oh, da ist eine schöne Kette drin. Es ist zwar wieder diese, ich weiß nicht, wie sich diese Kettenform nennt. Das, wo meine Haare sich gerne drin verheddern. Es ist egal. Ich werde sie trotzdem behalten, weil ich diesen Spruch da drauf schön finde. Denn da steht Joy drauf. Und Joy heißt Freude. Und es passt nicht nur zu Heiligabend, zu Weihnachten, sondern es passt auch einfach zu mir. Und es ist eine Kette, die auch eine schöne Länge hat. Also das mag ich gerne leiden. Ich finde die wunderschön. Also das ist wirklich ein Highlight. Ja, die Steigerung zum letzten Mal ist auf jeden Fall durchaus ersichtlich gewesen. Ich finde, wir haben ja echt eine schöne Auswahl an Produkten in dem Adventskalender drin. Mir gefällt der richtig, richtig gut. Und ich finde, dass die sich halt auch wirklich, das ist bemerkenswert. Ohne Witz jetzt, Leute. Viele nehmen sich nicht unbedingt was davon an, was irgendwelche Ladies auf YouTube so erzählen. Aber dass das Me Lovely Team, nachdem ich den Adventskalender ausgepackt habe, echt auf mich zugekommen ist und mit mir darüber nochmal quasi gesprochen oder geschrieben hat, finde ich einfach hammermäßig. Also das macht die Firma halt für mich viel seriöser und viel bodenständiger. Und das ist einfach sympathischer. Und deswegen finde ich das extrem geil, was jetzt dieses Jahr in diesem Adventskalender drin ist. Und ja, mega. Cool finde ich auch, dass ich euch noch einen Code mit an die Hand geben kann, um einfach ein bisschen was zu sparen. Dass ihr mit Santa Claudi 21 10% sparen könnt auf das ganze Sortiment. Und da einfach noch ein bisschen vielleicht den Adventskalender, vielleicht das ein oder andere Weihnachtsgeschenk shoppen könnt. Und ja, ihr Lieben. Denkt an die Verlosung, alles dazu in der Infobox. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.